Ja, sie müssen diese Pizza oder die Pizza bezahlen. Wie kann man mit bezahlen einen Satz machen? Ja, zufrieden sein mit unserem Vater. Die Kinder sagen, wir sind zufrieden mit unserem Vater. Wir sind alle 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 mit unserem Vater. Ja, er geht zur Küche. Ja, die anderen können nicht springen. Er geht. Das ist richtig. Wir sind alle mit unserem Vater. Wir sind alle mit unserem Vater. Wir sind alle mit unserem Vater. Vielen Dank. Ja, das, hier die, ja, die Speise, die Speise. Deshalb kaufe ich, ja, deutsches Essen. Essen, Plural und Singular sind gleich, ja. Hier meint man Plural, deutsches Essen. Deutsche Essen können Sie auch sagen, ja. Ja, deutsches Essen, Singular. Oder deutsche Speise. Noch eine Zeile, ergassen Sie, was Sie wollen, zwei, drei, vier Imbiss erzählen. Kantine, ja. Draußen, essen Sie nicht? Draußen. Kantine, ja. Kantine gibt es nicht. Kantine, wenn Sie arbeiten, ja. Das ist aber richtig, ja. Richtig. Diejenigen, die... Fragen Sie oder frage ich? Frage, frage. Fragen Sie... Fragen Sie... Fragen Sie... Hatte sie... Fragen Sie... Fragen Sie... Fragen Sie... Fragen Sie... Vielen Dank.